Willkommen! Ich fahre jetzt die zweite tägliche. Das ist Mexiko. 509 518. Dazwischen irgendwo lande ich, zwischen den beiden. Und einer wurde den Cheatens entfernt. Und zwar, wie hieß der denn? Potzblitz. Deswegen habe ich keinen Geist von dem gefunden. Nö, irgendwie so. Also einer fehlt in der Reimbusse jetzt. Nämlich eine 5011. Ich bin ja gerade das Warm-up gefahren. Okay. Soll mir nur recht sein. Dann starte ich mal das Event. Wurde ja auch aus dem ersten Rennen gekippt. Da muss ich gleich mal gucken. Mensch, wie hieß der denn? Ich hab den Namen von dem vergessen. Der wurde ich gegen seinen Geist gefahren sein einmal. Also beim ersten Rennen. So, wie immer alle drei Versuche. Hintereinander weg. Ein Replay. Dann zeige ich mal das Setup, mit dem ich fahre. Also mittlere Einstellung. Kernfeld 3 bringt keinen Vorteil. Kernfeld 1 gibt zu viel Kraft. Und dementsprechend bin ich in der Mitte gelandet. Bedeutung bin ich in der Mitte gelandet. Ja, ich bin auf der Mitte gelandet. Oh... Ich mache die mit der, bei der, bei der, bei der, bei der Mose, oder? Mit der Mose, ne? So. Das geht so nicht. Ja. Und unten die Hände, 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 die Hände so benötigen. 50 bremskraft nur weil kein abs das ist nass ich will nicht rutschen also verlege ich ein bisschen mehr bremskraft mit nach hinten hier in die mitte ausgeglichen bei 60 bremskraft würde ich anfangen zu rutschen und würde keinen sinn machen und das ist das getriebe dann lute ich mich jetzt und wünsche viel spaß und wenn das video mögt dann lass doch bitte ein like da oder ein abo viel spaß ein 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 Dip and bridge over crest, and right 5, into left 3, don't cut, and flat left over crest. Into right 6, tightens 4, 30, into left 5, 30, right 5, short and left 4, long, tightens 3, over crest, 30. Right 4, tightens, and left 5, tightens. Into right 4, tightens, bumpy. Left 5, and right 4, long, tightens 3, fall out, over crest. And right 3, crest, and right 6. For crest, into left 5, keep left, 50. Left 2, don't cut, and bump, into right 4, 120. Right 5, don't cut, 80. Portion, left 3, tightens, bumpy, don't cut, into right 3, don't cut. Into left 4, short, don't cut. And right 3, cut. Left 5, break into right 2, cut, 30. Left 6, very long, into. Left 4, tightens, deceptive, 50. Into left 5, tightens, and right 5, medium, tightens 80. Into left 4, bumpy, keep in, into left 4, tightens 3, short, over crest. And right 5, portion, into left 6, narrows, over bridge. Into right 5, tightens 4, don't cut, 30. Keep left, over crest, and right 4, 40. Left 3, and right 4. Into left 3, short, narrows, over crest, don't cut, 40. Right 5, and left 3, open, don't cut. And hairpin right, don't cut, 30. Left 5, bumpy, tightens 2, short. And right 5, bumpy, into left 4, cut, long, keep in, 100. And caution, break, square right, cut. Into dip, 70. Left 4, over crest, 30. Right 5, 50, bumpy. Hard break, into right 6, short, over crest, into square left, cut, 40. Left 4, tightens, small, cut, 100. Narrow, bump, and right 5, long, tightens. And crest, keep left, for right 3, definitely don't cut. And left 5, bumpy, 150. Left 4, bumpy, keep in, 50. Left 5, into canyon. Into right 5, 50. Ocean, over crest, break. Maybe jump, into left 5, medium, 30. Right 3, over bump, 30. Left 5, over crest, break. Into right 2, small, cut, off camber. Into left 3, don't cut, off camber. Right 5, tightens, into crest, 30. Right 3, keep into left 3, don't cut. Into right 4, don't cut, off camber. And left 3, into crest, into right 4, 30. Left 2, tightens, bumpy, into right 4, tightens, and kinks, for 50. Left 3, tightens, into right 5, tightens, over crest, don't cut. Boah, das hab ich komplett vergurbt in den Controller. Schon wieder, muss das gleich jetzt mal hier pausieren. Weiß der Geiler, was da gerade los ist. Gut, die ersten Versuche hab ich jetzt fertig. Okay. Okay. So, machen wir doch gleich den zweiten Versuch. Das heißt, ich nicht, Controller. Und man legt, wird das Controller irgendwie erkannt. Ich weiß nicht, warum. Ich mach nichts, ich rutsch nicht. Kabel Salat, egal, ich stopp's nochmal. Schlecht darf ich nicht zu stark nach links und rechts tinksen. Also, wer weiß. Aufwand, weiß. Dann wünsche ich viel Spaß mit dem zweiten Versuch. 100, right 4, short, and left 6, short, brake. Into left 3, short, and right 3, narrow, so cut, 80, bumpy. 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 30 5 30 30 30 30 30 30 40 30 30 And right 3 And crest And right 6 For crest into left 5 Keep left 50 Left 2 Bump into right 4 120 Right 5 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vr. 50, Bumper. Hard brake, into right 6, short, overpressed, interspur left, cut, 40. Left 4, Titans, small cut, 100. Narrow, thump, and right 5, long, Titans. And crest, keep left for right 3, definitely don't cut. And left 5, Bumper, 150. Left 4, Bumper, keep in, 50. Left 5, into Canyon, into right 5, 50, caution, overcrest, brake. Maybe jump, into left 5, medium, 30. Right 3, overbump, 30. Left 5, overcrest, brake. Into right 2, small cut, off camber, into left 3, don't cut, off camber. Right 5, Titans, into crest, 30. Right 3, keep into left 3, don't cut. Into right 4, don't cut, off camber. And left 3, into crest, into right 4, 30. Left 2, Titans, bumpy, into right 4, Titans, and kinks for 50. Left 3, into right 5, Titans, into right 5, Titans, overcrest, don't cut, and left 5. Into right 5, finish. Das ist so ein verbuggtes Spiel. Das ist so ein verbuggtes Spiel. Mit deinem Connection, das ne? Wird du... Ah. Also mein letzter Versuch, den werde ich jetzt sehr vorsichtig angehen. Weil wie es aussieht, gibt es da gerade ein paar Probleme mit der Strecke, mit dem Auto und mit dem Lenkerrad. Hätte ich mal vielleicht einen Wurm abgefahren, hätte ich es schon vorher gemerkt. Ja, dann starte ich das Ganze einfach nochmal. Und dann lasse ich allerdings das Replay trotzdem laufen. Die Connection Lost, was ist das für ein Scheiß-Bug? So, letzter Versuch jetzt. Ich muss nur 2 Sekunden besser werden für den 2. Platz. Mehr muss ich gar nicht schaffen. Ach. Das ist mir 2 Mal passiert, dass ich gar keine Leistung mehr hatte. Also überhaupt nicht mehr feiern konnte. Schon wieder. Ich verstehe es einfach nicht, was mit diesem Spiel, mit dieser Strecke los ist. Ups, fast das falsche Setup gesehen. Ja, und diesem Problem kann ich jetzt irgendwie überhaupt nichts dran ändern, was mich wurmt. Ich mut mich jetzt, gib mir Mühe, dass wenigstens der Dottelauf irgendwie passabel läuft. Dann bis gleich. Äh, was heißt bis gleich? Ich mut mich einfach, ich verlasse. Ich vermute bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank. 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 Gamepad stand da, wie auch immer. Ja, da habe ich aber, da würde ich so ein Ticket schreiben müssen, weil das ist so nicht in Ordnung, wenn da solche Bugs auftreten. Gut, ich schließe das hier. Und lade es dann hoch. Okay.